Hallo zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie man auf einfache und günstige Weise auch Farbfilme oder Gromagene-Schwarz-Weiß-Filme im C41-Prozess bei Raumtemperatur entwickeln kann. Was mich beim C41-Prozess immer gestört hat, war, dass man ihn angeblich nur bei 37,8 Grad im Standardverfahren mit ganz enger Temperaturtoleranz von 0,3 Grad durchführen kann, braucht dazu relativ teures Equipment, wie eine temperierte Rotationseinrichtung und so weiter. Ich möchte euch heute zeigen, dass es auch viel, viel einfacher geht und zwar genauso wie Schwarz-Weiß mit einem gewöhnlichen Kipptank, nicht in der Rotation, sondern mit einem Kipprhythmus und das einfach bei Raumtemperatur. Das sind keinerlei Qualitätseinbußen hinzunehmen, weil die Chemie funktioniert genauso bei Raumtemperatur wie bei 37 Grad. Ihr habt den Vorteil, kippen und der Prozess ist bei niedriger Temperaturen stabiler, da er länger dauert. Ich habe mir aus dem Internet ein Kit besorgt und zwar von der Firma, über die Firma Marco, ein Dicke BSC41 Ready-to-Use Kit, kostet 19 Euro. Man kann damit 14 Filme entwickeln, manche sagen auch bis zu 20 Filmen, ich werde es sehen. Diese 19 Euro sind gut angelegt und pro Film sind das ungefähr 1,50 Euro. Das sind die untersten Preise, wo ihr eine Filmentwicklung im Drogeriemarkt bekommt. Ihr habt hier den Vorteil, ihr müsst nicht warten, die negative sind sauber und ohne Kratzer. Und ihr könnt den Film pushen und pullen, dazu aber später. Dieser Pack kommt mit insgesamt drei Sun-Kist-Tüten, will ich mal sagen. Es hat den Vorteil, ihr könnt nach Gebrauch, nach dem Wiedereinfüllen der Chemie, die Luft sehr einfach rausquetschen. Sie nehmen kaum Platz weg und wollt ihr doch mal schneller bei höherer Temperatur entwickeln, worum es hier aber nicht geht. Wärmen die sich sehr schnell im Wasserbad auf. Die Vorgehensweise ist sehr einfach. Ihr habt diese drei Chemikalien, gießt die dann nacheinander in den Entwicklertank ein. Es wird um 30 Sekunden Kipp-Rhythmus entwickelt. Auf den Tüten hinten steht, wie bei welcher Temperatur entwickelt wird und wie sich die Entwicklungszeiten verlängern nach 5 Filmen und nach 10 Filmen bis zum letzten Film. Also alles sehr einfach. Ich habe euch noch, und das kommt gleich, eine Grafik vorbereitet, wie ihr auch für unterschiedliche Temperaturen, die zwischen den hier aufgeführten liegen, eure Entwicklungszeit festlegen könnt. Also nur messen der Temperatur im Entwickler, kein Kühlen, kein Aufwärmen, ablesen der Entwicklungszeit zu eurer Temperatur und mit der Entwicklung beginnen. Hier nun die Darstellung der Entwicklungszeiten in Minuten, Sekunden über die Temperatur. Das Ganze folgt einer Exponentialfunktion der sogenannten Arrhenius-Gleichung. Viele chemische Prozesse laufen danach ab. Hier sind als Punkte eingetragen die Herstellerangaben von Digibase. Das gilt natürlich auch für Tetanal und andere C41-Prozesse. 45 Grad Rapid-Entwicklung, 2 Minuten. Standard-Entwicklung bei 37,8 Grad, 3,15. Hier oben ist der Bereich, der interessanter wird für uns. Hier haben wir 20 Grad und 25 Grad, also bei uns zu Hause bewegen wir uns in diesem Bereich. Damit ihr die genauen Zeiten ermitteln könnt, weil es sind ja nicht immer genau 20 Grad oder 25 Grad, habe ich oben die Formel angegeben. Ihr gebt hier einfach die Temperatur ein und erhaltet die Zeit in Sekunden, die ihr noch in Minuten umrechnen müsst. Aber aufpassen, wenn ein Wert rauskommt wie 3,5, sind das nicht 3 Minuten 50 Sekunden, sondern 3 Minuten 30 Sekunden. Denn eine Minute hat 60 Sekunden und keine Umrechnung, also aufpassen beim Umrechnen. Noch kurz ein Wort zu Push und Pull. Beim Pushen verschiebt sich die Kurve parallel zu längeren Zeiten. Beim Pullen reduziert sie sich zu kürzeren Zeiten. Sie läuft aber parallel zu dieser Kurve. Es wird immer angegeben für den Standardprozess eine Push-Zeitaufschlag von 30 Sekunden pro Blende. 60 Sekunden für zwei Blenden, genauso beim Pull. 30 Sekunden weniger entwickeln pro Blende. Das sind also 15 Prozent pro Blende, die sich dieser Wert nach oben oder nach unten verschiebt. Diese 15 Prozent habt ihr dann auch entsprechend bei längeren Entwicklungszeiten. Also auch hier dann beispielsweise bei 20 Grad, 21 Minuten Basisentwicklungszeit. Wenn ihr pushen wollt um eine Blende, 15 Prozent von 21 Minuten ausrechnen, die draufschlagen. Dann habt ihr die Pull-Zeit pro Blende bei dieser Temperatur. Hallo, neben den Chemikalien, die ich euch schon vorgestellt habe, braucht ihr zur Entwicklung auch nicht mehr als für eine normale Schwarz-Weiß-Entwicklung. Ihr braucht eine Entwicklerdose. Dabei ist es ganz egal, welche Entwicklerdose. Wir brauchen keine Rotationsdose, denn wir machen Kipp-Entwicklung. Ich habe eine alte Yobo-Dose für 5 Euro aus dem Internet, wo ich auch schon etliche Schwarz-Weiß-Filme drin entwickelt habe. Was ganz wichtig ist, unten auf den Dosen steht das Füllvolumen bei den Dosen, bei welchen Filmen. Hier ist es bei einem Kleinbildfilm 260 Milliliter angegeben. Also dieses Volumen solltet ihr mindestens besser etwas mehr einfüllen in den Messbecher. Wichtig dabei ist, dass ihr die Chemie immer zuerst in den Messbecher füllt, dann in die Dose. Weil aus diesem schmalen Ausguss dauert es einfach zu lange, in die Dose zu füllen. Das verdirbt euch eure Entwicklungszeiten. Gut, zwei Messbecher, ein Trichter, das bekommt ihr in jedem Haushaltswarengeschäft oder Supermarkt für ein paar wenige Euro. Dann ein Digitalthermometer, womit ihr vor der Entwicklung die Temperatur im Entwicklerbeutel messt. Das gibt es auch für wenige Euro irgendwo aus dem Internet. Auf jeden Fall braucht ihr auch eine Stoppuhr, die habt ihr ja auf eurem Smartphone, wo ihr die Entwicklungszeiten und so weiter einstellen könnt. Wir wollen ja die Entwicklung bei Raumtemperatur durchführen. So müssen wir den Entwickler und das destillierte Wasser im gleichen Raum gelagert haben. Ich lage aber meine Chemikalien zu längeren Handbarkeit im Kühlschrank. Bitte die Tüten im Kühlschrank nicht umlegen. So dicht sind die Verschlüsse nicht. Ihr könnt sie aber oben leicht abknicken und dann müssen sie in jeden Kühlschrank reinpassen. Also am Abend vorher rausnehmen. Alles in den gleichen Raum. Möglichst nicht auf dem Boden bei einer Fußbodenheizung, sondern etwas höher stellen. Und dann könnt ihr sicher sein, wenn ihr die Temperatur des Entwicklers messt, ist die Temperatur in allen anderen Flüssigkeiten identisch. Nachdem ich euch jetzt das Equipment vorgestellt habe, werde ich in einem Folgevideo zeigen, wie eine Entwicklung konkret vonstatten geht. Ich habe gestern meinen ersten Film entwickelt und zeige euch gerne jetzt die Ergebnisse. Hier sind sie nun. Die fertig entwickelten Negative. Mein erster Farbfilm im C41-Prozess bei Raumtemperatur. Wie ihr erkennen könnt, sind die Dichten des Films sehr gut abgebildet. Hier in dem Bereich sind die Dichten etwas geringer. Aber das lag an einer falschen Belichtungseinstellung der Kamera. Hier oben alles optimal durchgezeichnet. Keine Farbverschiebungen. Schaltet man auf Schwarz-Weiß um, so sieht man, dass die Dichten einem normalen Schwarz-Weiß-Film entsprechen. Also, für den ersten Versuch bei Raumtemperatur ein optimales Ergebnis. So, nachdem ich euch jetzt in groben Zügen in einer Trockenübung gezeigt habe, wie man entwickelt, wäre es ruhig auch nicht zahlend. Doch.